Die Halbzeitpause haben wir uns unter die Zuschauer gemischt, um die Meinung zu erfahren über die ersten 45 Minuten. Wie haben denn die ersten 45 Minuten gefallen? Na ja, Leipzig war ganz gut, bloß Pech gehabt. Und sind Sie zufrieden mit dem Spiel bisher? Bis jetzt bin ich zufrieden, ja. Bloß Tore müssen fallen, ne? Und Ihre Meinung? Ich bin auch der Meinung, da müssen Tore fallen. Ist jemand hier, der nicht zufrieden ist mit der ersten Halbzeit? Zu wenig Tore, viel zu wenig Tore. Zwei hätten schon sein müssen, ne? Ja, und was meinen Sie, was in der zweiten Halbzeit noch kommen muss von beiden Mannschaften? Von beiden Mannschaften eine Leistungssteigerung und vor allen Dingen ein zügiges Sturmerspiel.